Hmm... Oh? Uli, was für's Raden kommt, wie hat's jetzt noch nicht? Was ist da los? Na, ich hab gesagt, ich hab keine Zeit, ich hab was Wichtiges zu tun. Ja, weiß ich auch nicht. Ihr müsst halt selber gucken. Ja, ich hab doch gesagt, ich hab diese Knutschel. Ich kann ja nicht überallt sein.